Liebe Ladies, liebe Dandelan, zwei Sachen würde ich gerne erwähnen, deswegen würde es ein relativ kurzes Video oder wie auch immer ihr es haben wollt, oder ich dazu komme, oder wie schnell ich erkläre. Ich komme gleich zur Sache. Erstens mal, ich habe ein Konto auf Telonym, falls ihr es in euch mitbekommen habt, Link kommt unten in die Infobox. Und zweite Sache, ich fühle mich heute leider nicht so, wirklich mein Kopf will heute nicht so, wie ich gerne wollen würde. Sie muss ja den Stream heute leider absagen, aber nicht verzagen, YouTube-Fragen. Heute ist ja das Finale rausgekommen von Resident Evil 4, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, verlängere ich euch auch in der Infobox den Link dazu. Aber wenn ich mich jetzt relativ fit anhöre, ich habe gerade was gegessen, der Körper ist auch fit, aber mein Köpfchen will noch nicht. Der liebe Chromanin macht auch derweil ein super, super geiles Let's Play von Sniper Elite 4, werde ich euch auch in der Infobox verlinken. Worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass ich, wie gesagt, Telonym und Ask.fm und alles sowas besitze, wo man mir anonym wie auch normal Fragen stellen kann. Ich werde die Fragen jetzt eine Woche sammeln und, ähm, jetzt haben wir es Samstag, ja, heute in einer Woche mache ich ein Q&A. Also wenn ihr mir Fragen stellen wollt, ich werde den Link, wie gesagt, unten in der Infobox verlinken. Ich wünsche euch somit noch einen wunderschönen Tag, macht es gut, lasst euch gut gehen und wir hören uns den nächsten Video von Diablo 3. Tschüss.